Ich bin jetzt am Kaufhof Ecker Marienplatz ausgestiegen. Von hier aus sind es zum Rindermarkt und zum Jüdischen Museum nur wenige Minuten. Untertitelung. BR 2018 Hinter uns liegt das Stadtmuseum, an dem es vorbeigeht, zum Jüdischen Museum. Wir sind jetzt am Jüdischen Museum. Das Personal ist geschult zu helfen beim Eingang, denn die Tür ist ziemlich schwer. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018